Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile vierten Folge von VerdürTV in Zusammenarbeit mit Dr. Karsten Ulbricht. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei DiemundPartner in Stuttgart und wir haben uns jetzt über ein paar Videoreihen eben vorgenommen, Themen abzugrasen, die quasi unsere Kunden öfter beschäftigen und da eben Social Media, Internetrecht und so weiter ein riesiges Feld ist, haben wir gesagt, wir greifen uns wirklich die Dauerbrenner raus und einen Dauerbrenner besprechen wir heute. Das ist das Thema Bildrechte und da einfach mal zuerst die Frage an dich, Karsten. Was muss man denn bei der Verwendung von Bildern im Internet beachten? Oh, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber sprechen, aber wir wollen es ja kurz und knackig machen. Also es gibt im Prinzip bei Bildern zwei wesentliche Regelungsgegenstände, würde der Jurist sagen. Also zum einen das Urheberrecht, das heißt sprich, wer hat ein Bild gemacht und wenn ich ein Bild mache, dann bin ich eben der Urheber und habe relativ umfassende Rechte und zum zweiten im Prinzip das Recht am eigenen Bild. Also wenn ich Personen fotografiere, also ich mache jetzt ein Foto von dir, dann bin ich der Urheber, aber du bist ja auch drauf. Insofern ist das Recht am eigenen Bild natürlich auch nochmal betroffen. Ja und beides muss man natürlich entsprechend abbilden. Wenn man gerade Bilder im Internet veröffentlicht, früher war das Urheberrecht oder auch das Recht am eigenen Bild für uns Privatpersonen gar nicht so relevant. Jetzt wird es für Privatpersonen genauso wie für Unternehmen gerade in Social Media natürlich extrem relevant, weil klar, das sind die Inhalte, die im Wesentlichen auch das Social Web natürlich tragen. Thema Urheberrecht gibt es ja auch immer diesen Begriff der Creative Commons. Was verbirgt sich denn dahinter und wie können das auch Unternehmen oder auch wir als Privatpersonen für uns nutzen? Also da muss man vielleicht erstmal noch ein paar Grundlagen erklären. Also das Urheberrecht ist geregelte Urheberrechtsgesetz. Das macht soweit noch Sinn. Und da steht eben drin, welche Inhalte geschützt sind. Das heißt, da steht eben drin, Texte werden geschützt, wenn sie notwendige Schöpfungshöhe haben. Wir wollen uns ja heute auf Bilder konzentrieren. Bilder sind immer automatisch urheberrechtlich geschützt. Das heißt, egal wie trivial ein Bild ist und wenn ich hier jetzt den schönen grünen Fußboden fotografiere, wäre dieses Bild urheberrechtlich geschützt, weil das eben so im Gesetz steht. Das heißt, das hat die Folge, dass ich eben urheberrechtlich geschützte Inhalte nur verwenden darf mit Zustimmung des Urhebers. Das heißt, du dürftest mein schönes grünes Fußbodenbild, also nur im Internet veröffentlichen, wenn du mich vorher gefragt hast. Das heißt, aber ich kann natürlich Nutzungsrechte einräumen. Das heißt, wir könnten eine Vereinbarung treffen, auch mündlich. Das ist natürlich schwer zu dokumentieren. Da erinnere ich mich später nicht dran. Hast du ein Problem? Ja. Aber man könnte es natürlich schriftlich fixieren oder per E-Mail. Das würde sicherlich ausreichen. Das heißt, man sieht, das Urheberrecht ist eigentlich relativ restriktiv. Ich darf kaum Inhalte verwenden ohne Zustimmung des Berechtigten. Und da kommen wir jetzt zum Thema Creative Commons. Ein amerikanischer Professor hat gesagt, das passt ja gar nicht mehr so richtig. Was ist denn, wenn ich möchte, dass meine Inhalte geteilt werden, dass meine Inhalte weitergetragen werden? Und da hat es sich eben das System der Creative Commons ausgedacht, was Singe mir sagt. Ich kann unter einer vordefinierten Lizenz, unter Nutzungslizenz, meine Inhalte ins Netz stellen. Wenn ich also sage, mein schönes grünes Fußbodenbild, um da mal zu bleiben, soll bitte in die Welt hinausgetragen werden, könnte ich es unter die Creative Commons Lizenz BY stellen. Damit bringe ich zum Ausdruck, bitte tragt mein schönes grünes Fußbodenbild in die Welt. Bitte nennt mich nur als Urheber. Und das reicht mir aus. Und Creative Commons ist eben modulartig aufgebaut. Das heißt, man könnte noch definieren, gewerbsmäßig oder privat oder man darf es bearbeiten, man muss mich nennen und so weiter. Und so kann man sich das eben aufbauen. Das heißt, für Unternehmen, und das letzte Satz dazu, zwei Anwendungsszenarien. Einerseits, wenn ich möchte, dass meine Inhalte geteilt werden, gerade auch in den sozialen Medien, empfehlen wir auch teilweise Unternehmen, kommuniziert das und setzt eure Inhalte in den Creative Commons, wenn ihr wollt, dass es geteilt wird. Und zum Zweiten, aber Anwendungsszenarien für mich als Unternehmen natürlich eine tolle Chance, auch billig, kostenlos, wie auch immer an Inhalte zu kommen. Gerade Flickr, bekanntes Bilderportal, gibt es viele Creative Commons lizenzierte Bilder und die darf ich eben kostenlos verwenden, wenn ich nur die individuellen Lizenzbedingungen einhalte. Okay, das waren jetzt schon mal drei hilfreiche Tipps, wie man dann eben auch Bilder rechtlich sicher verwenden kann. Angenommen, es flattert dann aber doch eine Abmahnung ins Haus. Was kann ich dann tun oder wie sollte ich mich verhalten? In verschiedenen Foren, das lese ich mir gerne gerade zu diesem File-Sharing-Thema, steht dann immer entspannt, Abmahnung beiseite legen, da passiert schon nichts. Es gibt in Bereichen, da wird es wirklich nicht weiter verfolgt, aber es gibt eben auch viele Bereiche und gerade beim Bildrechten, da kommt dann was danach. Also Abmahnung unbedingt ernst nehmen, erster Hinweis. Dann neigt der Anwalt natürlich immer dazu zu sagen, dann bitte zum Anwalt gehen. Deswegen will ich jetzt nicht zwingend dazu raten, aber natürlich macht es Sinn, wenn Sachkundiger sich mit Abmahnung auseinandersetzt. Abmahnung, wie gesagt, ist ein anwaltliches Schreiben, wo eben der Anwalt sagt, sie haben die Rechte meines Mandanten verletzt. In der Regel macht das der Anwalt nicht für sich selber, auch das ist ein häufiges Missverständnis, sondern für einen Mandanten, dessen Rechte verletzt sind. Der fordert einen auf, das zu unterlassen, beim Thema Bildrechte also das Bild zu löschen, es in Zukunft nicht mehr zu verwenden. Damit haben die Unternehmen oder auch Privatpersonen in der Regel kein Problem, ja, weil sie natürlich dann Respekt haben. Womit sie ein Problem haben, ist das, was Geld kostet. Das heißt, normalerweise muss man dann eben die Abmahnkosten zahlen. Das heißt, die Kosten des Rechtsanwalts, der abmahnt bei so einem Bild Hausnummer 500 bis 1.000 Euro, um mal eine Einschätzung zu geben, kann das sein, ja. Und bei Bildern eben Schadenersatz auch im Wege der Lizenzanalogie, brauche ich es nicht auszuführen. Das kann sich aber aufsummieren, je länger ich das Bild verwendet habe. Also alles unschön. Es ist aber halt oft so natürlich, dass ein Anwalt, der sich damit auskennt, das entweder abwehren kann oder zumindest herunterhandeln kann, weil natürlich die Gegenseite das immer ans obere Ende setzt und zumindest herunterhandeln kann man immer. Wenn man sich das selber zutraut, kann man das gerne versuchen. Ansonsten natürlich sachkundige Hilfe suchen. Okay. Wir sehen schon ein weites Feld, auch das Thema Bildrechte. Kann man ein bisschen mehr noch darüber in deinem Blog nachlesen? Und wenn ja, wo finden wir den? Also den Blog findet man unter recht20.de, wo ich eben zum Thema Social Media und Recht seit einiger Zeit viele Beiträge geschrieben habe. Was ein super spannendes Thema ist, im Hinblick auf Bildrecht oder auch auf Videos, ist das Thema Embedding. Also wie ist es denn jetzt mit dem Einbinden von diesen Funktionen? Ist das auch ein Urheberrechtsverstoß? Dazu habe ich ganz viel geschrieben, wenn das jemand interessiert. Und wie kann ich das vielleicht besser abbilden als Unternehmen, um da nicht ganz große Risiken zu gehen? Wenn das jemand interessiert, gerne im Blog. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zum Thema Bildrechte, gerne auch hier als Kommentar auf verdurr.de slash Blog. Wir freuen uns auch über eure Kommentare, was ihr hier von unserer Videoreihe haltet. Gerne auch Feedback, dann können wir das auch für folgende Reihen in der Zukunft berücksichtigen. Und wir bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.